So, schönen guten Morgen zusammen. Heute gehen wir auf den Gründen. Das Kriegerdenkmal oben und daneben diese Funkstation. Wir sind heute nicht alleine. Ich habe mir heute Verstärkung mitgenommen. Nette Bergbekanntschaften sind heute mit dabei und da machen wir jetzt eine schöne. Viel Spaß wünsche ich euch. Pfiat's euch! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.